In der Adventszeit haben wir sehr viele Weihnachtskarten erhalten, oft mit persönlichen Worten, die einen im Herzen berühren. Eine Weihnachtskarte hatte einen gedruckten Text, der mich sehr angesprochen hat. Der lautete ungefähr, darf ich Ihnen das Geschenk auch einpacken? Und ein kleiner Hinweis dabei, Sie können es auch gern wieder umtauschen. So wird man oft in den Geschäften angesprochen, aber das eigentliche Geschenk von Weihnachten ist vom Umtausch ausgeschlossen, nämlich das Kind in der Krippe. Es ist wichtig, dass wir uns vom Kind in der Krippe gleichsam einwickeln lassen, damit wir selber von ihm erfüllt und verwandelt für andere Menschen zum Geschenk werden, zum Licht in diesen oft dunklen Tagen. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, auch im Namen meiner Mitbrüder, damit Sie Menschen werden, die auch vom Licht von Bethlehem künden können. Christus ist geboren. Freuet euch und dankt Gott. Mit Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden seiner Gnade. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!